In Berlin leben über drei Millionen Menschen. Das sind drei Millionen Geschichten, drei Millionen Wünsche und drei Millionen Träume. Einen dieser Träume, mein kleiner Prinz, sollst du heute kennenlernen und zwar meinen. Doch zunächst einmal musste ich deinen Großvater aufsuchen. Er war wie immer am Friedhof, an dem Ort, wo alle Träume begraben liegen. Ich muss mein Knie nächstes Jahr machen lassen. Inschallah. 20.04.1987? Das ist doch Hitlers Geburtstag. Was für kranke Leute rennen hier wiederum? Papa, was machst du hier eigentlich wieder? So viele Leute suchen dich. Komm, ich bringe dich zurück ins Hai. Er war mein Vorbild. Dein Onkel war lieb, hat alles richtig gemacht. Er hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Er ist auf die Hatsch gegangen, obwohl er im Rollstuhl saß. Das ist dein Mann, Mona. Wäre das auch dein Traum, Papa? Ja. Ja, dann mach's doch einfach. Wann? Nächstes Jahr kommt mein Knie zur Operation. Und wer weiß, ob ich da noch Zeit habe und noch gehen kann. Dann mach es doch dieses Jahr. Weißt du, was das kostet? So teuer kann das nicht sein. 3.000 Euro. Und plötzlich schoss mir ein Bild in den Kopf. Ein Traum, den ich schon lange nicht mehr hatte. Es war immer das gleiche Bild. Dieses Häuschen am Stadtrand, wo wir früher gewohnt hatten. Ich saß auf der Fensterbank und lauschte dieser Melodie. Es war der sogenannte Adhan, der traditionelle Aufruf zum täglichen Gebet. Nach muslimischem Brauch haucht der Vater seinem neugeborenen Kind den Adhan ins rechte Ohr. Es ist die erste Melodie, die ein Muslim hört. Wenn die Nacht in die Stadt kam, wurden unsere Träume lauter. Wir erklärten die Bahntreppen der S-Bahn-Linie 1 zu unserem Proberaum und taten alles, nur um nicht nach Hause zu gehen. Let's go! Das klingt so schwul, was du da singst, ne? Was? Überhaupt gar nicht, Alter. Ich jamme, Mann. Ich verstehe das Ganze einfach nicht, Mann. Warum haben wir einfach nur keinen Erfolg, ey? Ich mach voll die geilen Beats wie Timberland, Alias macht hier einen auf Songwriter-Schwuchtel. Osman ist einfach nur da. Wir sind wie Death Row und nur im Bestitten, ey. Jungs, wisst ihr, was uns fehlt? Uns fehlt das Besondere. So etwas wie... An den Apfel werde ich gerne reinbeißen. Egal. Uns fehlt die Liebe. Deine Mutter liebt dich, Alter. Was hast du gesagt? Rizhafi. Jungs, ey, weißt du was? Es gibt diesen einen Song, den ich immer als kleinen Jungen gehört habe. Dede von Khaled. Ja, Alter. Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir den Covern eine richtig schnelle Coverversion draus machen, dann werden wir richtig erfolgreicher sein. Ich meine, der Song hat was. Wir drei lieben auch alle hier Reihmusik. Wieso nicht? Ey, Jungs, kommt mal mit. Und dann war da diese Erscheinung. Ey, Jungs. Diese Konzerthalle. Obwohl ich sie nicht mehr sah, wusste ich, dass ich ihr noch oft begegnen werde. Ey, Jungs. Seht ihr dieses Konzerthaus? Das ist das Tempodrom. Und ich schwöre euch mit dem heutigen Tage hoch und halte ich ihn. Ich schwöre euch sogar auf meinen kleinen beschnittenen Penis, dass wir drei da irgendwann mal auf diese befickte Bühne laufen. Und dieses Ding kaputt rocken, Alter. Tempodrom. Alles, du weißt ganz genau, dass wir eine richtig Stange Geld brauchen, um dort auftreten zu können. Und vergiss nicht die professionellen Studioaufnahmen. Wo bekommen wir das Geld her, Herr Manager? Hier. Stream Minutes of Fame. Mit Kapitalis. Wenn wir da im Casting abrocknen, bekommen wir 3000 Euro. So machen wir es. In dieser Stadt, die so schön glänzen kann und doch nie fertig ist, sollte dieser eine von über 3 Millionen Träumen wahr werden. Ich habe es geschworen. Mir selbst, meiner Band und dieser Stadt. als wir da jetzt viel zu bei dir Thomas Weide. Ich habe es ein один proceder,